Habe ich Anspruch auf die Energiepreispauschale, wenn ich im Jahr 2022 unverschuldet arbeitslos geworden bin? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Wir erhalten aktuell ganz viele Anfragen zum Thema Energiepreispauschale, unter anderem auch diese. Ich bin vor kurzem unverschuldet arbeitslos geworden, habe den Stichtag 1.09.2022 nicht erreicht. Bekomme ich jetzt die 300 Euro Energiepreispauschale oder gehe ich leer aus? Nein, Sie müssen da gar keine Befürchtungen haben. Wenn Sie in diesem Jahr eine nicht selbstständige Beschäftigung hatten und daraus Einnahmen bekommen haben, entweder in der Lohnsteuerklasse 1 bis 5 oder in der Lohnsteuerklasse 1 bis 5, dann haben Sie Anspruch nach § 113 Einkommensteuergesetz auf die Energiepreispauschale. Nicht direkt von Ihrem Arbeitgeber, aber dann vom Finanzamt. Und da spielt es keine Rolle, dass Sie dieses Jahr arbeitslos geworden sind. Das heißt also, wenn Sie entweder im Januar arbeitslos geworden sind, zwischendurch wieder arbeiten waren und jetzt wieder arbeitslos sind, oder aber Sie haben vom 1. Januar bis zum August gearbeitet und sind im August arbeitslos geworden, dann haben Sie Anspruch auf Zahlung oder Erstattung der Energiepreispauschale durch das Finanzamt. Nicht durch den Arbeitgeber. Werden Sie aber nach dem 1.09.2022 erst arbeitslos und haben Sie bis zum 1.09.2022 ein aktives Arbeitsverhältnis, dann haben Sie einen direkten Zahlungsanspruch auf die Energiepreispauschale gegenüber Ihrem Arbeitgeber. Alle diejenigen Arbeitnehmer, die zum 1.09.2022 in einem aktiven, aber ruhenden Arbeitsverhältnis sind und zum Beispiel Sozialleistungen erhalten, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, wie zum Beispiel Krankengeld oder Insolvenzgeld oder Kurzarbeitergeld, die haben auch Anspruch auf Zahlung der 300 Euro oder bis zu 300 Euro Energiepreispauschale durch oder von Ihrem Arbeitgeber. Also im Grundsatz kann man sagen, alle diejenigen, die im Jahr 2022 an irgendeinem Tag Einnahmen aus einer selbstständigen Beschäftigung oder unselbstständigen Beschäftigung haben, welche der Einkommenssteuerpflicht unterliegen, haben Anspruch auf Zahlung oder Erstattung der Energiepreispauschale, entweder durch den Arbeitgeber oder durch das Finanzamt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.